Hallo! Da ich es mir jetzt wohl selbst eingestehen muss, beziehungsweise bei dem einen Buch habe ich es mir schon länger eingestanden, bei dem anderen ehrlicherweise nicht, dass ich diese Bücher abbrechen werde, kann ich ja jetzt auch hochoffiziell darüber sprechen. Und anstatt sie in irgendeinem Lesemonat zu zeigen, weil sie tatsächlich schon so lange hier rumliegen, dass es mir schwerfallen würde, sie einem Lesemonat zuzuordnen, dachte ich, ich mache ein eigenes Video darüber. Bei zwei Büchern lohnt sich das ja auch auf jeden Fall. Und es sind tatsächlich auch zwei Bücher, bei denen mir bestimmt einige übel nehmen werden, dass ich sie abgebrochen habe. Natürlich nicht ernsthaft, aber ich glaube, einige werden es nicht so verstehen, aber das ist ja immer so eine Sache, weil es ja so super subjektiv ist. Ich zeige sie euch jetzt einfach, ich erkläre euch meine Gründe und sind wir ganz ehrlich, ihr könntet versuchen, mich zu überzeugen, aber es wird schwer. Fangen wir mit dem Buch an, bei dem ich mir eben tatsächlich schon eingestanden habe, dass es ein abgebrochenes Buch ist. Und zwar Augustus von John Williams. Von John Williams habe ich ja Stoner gelesen letztes Jahr und ich habe es geliebt. Das war eines meiner Jahreshighlights. So ein, so ein, so ein tolles Buch. Und habe mir dann Augustus gekauft, obwohl es thematisch nicht wirklich mein Fall ist. Also das alte Rom interessiert mich schon irgendwie tatsächlich. Ich habe ja auch Latein gehabt, obwohl das ehrlich gesagt gezwungenermaßen war. Ich wusste auch, ich werde es nie gebrauchen können oder war mir da relativ sicher. Aber ich hatte die Wahl zwischen dem naturwissenschaftlichen Zug, was einfach bedeutet hätte, noch mehr Chemie, Physik und Krams, den ich absolut 0,0 drauf hatte. Und dem sprachlichen Zug, was bedeutet hat, noch Latein mit dazu zu nehmen. Also habe ich mich dann doch lieber für Latein entschieden. Und meine damalige Lehrerin hat es ziemlich drauf, die geschichtlichen Fakten spannend zu präsentieren. Und es gibt ja auch sehr viele sehr interessante Geschichten. Aber es ist jetzt, um wieder zum Thema zurückzukommen, bei einem Buch nicht unbedingt das, wozu ich sofort greifen würde. Augustus ist auch tatsächlich ein Roman. Es ist kein Tatsachenbericht. Natürlich gibt es schon viele Punkte und ich recherchiere bei sowas gerne nach, die den Tatsachen entsprechen. Aber das Drumherum und die Form und so weiter, das ist alles frei erfunden. Vor allem auch die ganzen Briefe, um die es hier geht. Denn was ich nicht wusste, als ich mir das Buch gekauft habe, ist, dass es ein Briefroman ist. Auch das hätte mich nicht abgehalten. Eher im Gegenteil. Ich mag sowas tatsächlich ganz gerne. Aber es war auch ein Teil des Problems, das ich damit hatte. Denn ich kam super, super schwer rein. Also ich habe es jetzt abgebrochen auf Seite 104 und hatte immer noch nicht so richtig das Gefühl zu verstehen, was da abgeht. Und das, obwohl ich eben schon so ein bisschen nachrecherchiert habe. Einmal aus Interesse und aber auch, um mehr zu verstehen. Und ich habe es trotzdem nicht so richtig verstanden, weil auch ganz viele Namen sich doppeln und mehr als doppeln. Und dann springen wir auch manchmal in der Zeit. Und ich weiß nicht, aus den Gründen ist es auch tatsächlich ein Buch, von dem ich sage, ja, ich breche es ab. Aber ich werde es nicht aussortieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass es in dem Moment für meinen Kopf nicht das Richtige war. Weil ich habe null durchgeblickt und ich kam mir zwischendurch schon richtig dumm vor. Und dann irgendwann habe ich ein bisschen mehr verstanden und ich fand es auch ganz gut. Aber es war mir immer noch irgendwie zu anstrengend. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir das so wahnsinnig erarbeiten. Und natürlich war der Schreibstil wieder toll und wie gesagt, die Thematik auch nicht grundsätzlich uninteressant. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es einfach zum falschen Zeitpunkt begonnen habe tatsächlich. Und ich werde dem mit Sicherheit irgendwann nochmal eine Chance geben. Aber ich muss es jetzt einfach erstmal ruhen lassen. Und bei diesem Buch war es eben so, wie auch bei dem anderen, das ich euch jetzt zeige, dass die Bücher so rumlagen. Ich habe ein Buch dazwischen geschoben. Ich habe zwei Bücher dazwischen geschoben. Und irgendwann muss man sich dann einfach ernsthaft fragen, möchte ich diese Bücher überhaupt noch weiterlesen, wenn sie so lange rumliegen und ich null Ambitionen habe, sie nochmal in die Hand zu nehmen. Und die Antwort darauf war, nein. Wie auch bei folgendem Buch. Und ich bin sehr enttäuscht, dass ich es abgebrochen habe. Mal wieder, wie auch bei John Williams. Radioactivity oder Radioactivity von Karin Kalisan. Ein Buch, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil ich gar nicht so viel Gutes drüber gehört habe, aber von Leuten, deren Meinung ich vertraue sozusagen, weil der Inhalt interessant klang, weil ich dachte, ja cool, so eine tolle deutsche Neuerscheinung, wie auch immer. Keine Ahnung, es hat mich einfach sehr angesprochen. Und ich habe angefangen zu lesen und ich fand die Sprache direkt toll. Also die Sprache ist wahnsinnig ausgefeilt, literarisch schon anspruchsvoll, aber auch irgendwie sehr, sehr poetisch und alles sitzt irgendwie. Und ja, ich habe die erste Seite gelesen und dachte, wow, dieses Buch muss toll werden. Ich würde sagen, die Sprache ist so grandios. Und letzten Endes war aber die Sprache ein sehr, sehr großes Problem für mich, denn es war zu viel Sprache und zu wenig Handlung. Also dieses Buch habe ich auch bei knapp 100 Seiten abgebrochen, bei Seite 96 oder 97. Und es ging nicht mehr. Also auch dieses Buch fand ich enorm anstrengend, aber auf andere Weise als Augustus. Die Sätze in diesem Buch sind unfassbar lang. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, bei einem Satz die Zeilen zu zählen und es waren neun. Und ich muss zugeben, dass auch ich zu langen Sätzen neige, sei es in irgendwelchen E-Mails, sei es in meinen Aufsätzen früher, obwohl neun Zeilen habe ich noch nie geschafft. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr so einen langen Satz habt und eine Lehrerin oder ein Lehrer, der verlangt, jeden einzelnen Fehler zu korrigieren, indem man den kompletten Satz nochmal schreibt, es wurde mir damit nicht ausgetrieben, aber es war nicht so witzig, wenn du für einen blöden Komma-Fehler irgendwie mehrere Zeilen abschreiben musst. Naja, jedenfalls war mir das dann irgendwann zu anstrengend und too much. Und es wurde einfach zu viel umschrieben, anstatt dass mal was passiert ist. Und ich habe das bei anderen Büchern auch schon gesagt, ich kann nicht allein von toller Sprache leben, vor allem, wenn die Sprache irgendwann anstrengend wird. Ich brauche keine Bücher, in denen die ganze Zeit Action ist. Aber dann brauche ich schon irgendwie Sprache plus Atmosphäre plus, weiß ich nicht, spannende Protagonisten oder so. Aber ich habe hier knapp 100 Seiten gelesen von etwa 300 oder 350, 340 so. Und bin gefühlt noch nicht mal an der Haupthandlung entlang geschrammt. Also es ging so super, super lange, wie diese drei Leute diesen Radiosender aufbauen. Also es geht eben um Nora, die bei einem Radiosender arbeitet. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so ein Indie-Radiosender, den sie mit zwei anderen Typen aufgebaut hat. Und sie nutzt diesen Radiosender, um einen Täter zu stellen, der ihrer Mutter was Schlimmes angetan hat. Und das ist ja ein super interessantes Thema. Ich fand dieses Medium Radio irgendwie als Mittelpunkt toll, weil das gefühlt ja gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Aber es geht wirklich in den Kap 100 Seiten nur um den Aufbau von diesem Radiosender, um Diskussionen zwischen den dreien, um gefühlt intellektuelle Schlagabtäusche, Tausche, wie auch immer. Das hat mir einfach nichts gegeben. Das war, wie gesagt, zu viel Umschreibung, zu viel oder vielleicht auch zu wenig, zu wenig Handlung. Und ja, nee, also ich, wie gesagt, das war so ein Buch. Ich habe mir erst vor kurzem eingestanden, dass ich es tatsächlich jetzt wohl schon abgebrochen habe, ohne es so zu formulieren, weil es wirklich super lange bei mir rumlag. Und es hat mir echt wehgetan, weil ich die Sprache eigentlich am Anfang so toll fand. Und sie ist auch toll, aber sie ist eben so ausformuliert und so krass im Vordergrund, dass alles andere dahinter zurücksteht. Und das ist irgendwann sehr, sehr anstrengend. Und mir ging dann auch so ein bisschen der Lesefluss verloren, weil ich auch das Gefühl hatte, jeder Satz soll mit Bedeutung beladen sein. Und das war mir insgesamt einfach zu viel. Ich finde, dann wirkt die Sprache auch nicht mehr. Wenn alles so bedeutungsschwer sein soll, dann kann ich da keine einzelnen besonderen Sätze mehr rausziehen, sondern dann ist es einfach irgendwie zu viel und Arbeit und von anderem wiederum zu wenig. Also es ist super schade, aber auch dieses Buch breche ich ab. Und da bin ich ganz ehrlich, der Fall liegt nicht wie bei Augustus. Das ist für mich durch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nochmal in die Hand nehme. Und ja, es tut mir sehr leid. Es war auch ein teures Hardcover. Das schmerzt ein bisschen. Aber darum geht es jetzt nicht hauptsächlich. Schade, schade. Wie gesagt, schreibt mir super gerne eure Meinung dazu. Ich weiß, es gibt viele, die die beiden Bücher lieben. Aber für mich war das leider nichts. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!